Was habt ihr von der Idee, dass ich das meiner Freundin dir schenke? Ich meine, es ist nichts, was ich hier gekocht habe. Ich finde es sehr schön. Ich finde die Titten schön. Was? Ich finde die Titten so schön. Sondern du bist geistig. Egal. Und da kannst du so Sachen hier oben auf den Haken aufhängen. Ja, das sieht auch echt schön aus. Ja, das ist schön. Das sieht wirklich nice aus. Sagen die Schwestern ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber du kannst eine Operation machen an ihren Kirchen, dann kannst du es größer machen. Ich bedanke dich für die Idee. Ja, danke. Lassano bedanke dich bei Sahar für die Idee des Konzerts. Ja! Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ali Baba Nuri und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist diesmal ein Wochenvlog. In dem Vlog sind, glaube ich, vier verschiedene Tage dabei. Sahar fliegt weg mit meiner Mutter. Sahar kriegt ihr Geburtstagsgeschenk sozusagen jetzt schon. Es ist nicht... Nein, das, was im Vlog passiert ist, du weißt ja. Ah, Konzert. Sag nichts. Das war im Grunde fast die ganze letzte Woche, so vier Tage halt. Also auf jeden Fall ist es ein Geburtstagsgeschenk für mich. Und ich habe mich extrem gefreut. Mein Jahr kann schon schön beginnen. Mein Monat kann sehr schön beginnen. Und der Datum auch. Okay, passt. Dann fangen wir an. Los geht's. Es ist ein Uhr in der Nacht. Fast ein Uhr. Fast zum Teufel. Das ist ein Vlog in der Nacht. Fast zum Teufel. Macht sie, ihre kleine Schwester, glücklich. Ja. Ich kann leider nicht tanzen. Es ist für die Leute, die Musik lernen wollen oder will, also wollen eigentlich. Eigentlich ist es sehr schwer Musik zu singen, weil ich schwitze, also ich schwitze schon und meine Lunge ist ganz kaputt irgendwie. Ich dachte, ich dachte, du sagst, du schwitzt in der Lunge. Nein. Meine Lunge geht gut, perfekt, Maschallah, gut, aber ich kauche nicht, aber es tut trotzdem weh, wenn ich singe. Aber deine Lunge ist ja nicht da oben. Ja da, Junge, da. Da ist nicht deine Lunge, Sana. Also deine Lunge hier tut weh. Ja, wenn ich singe. Sar, willst du nicht als nächstes singen? Sing was auf afghanisch. Es ist fucking 1 Uhr in der Nacht. Radio Max, Frequenz P, Wetter. Ich habe gerade gesungen für die Fans und so, jetzt müssen wir auch etwas 90 Cent ausgeben für eine eis-die-füßige Dose. Ich gehe zur Tankstelle dann runter. Ich gehe mir etwas. Wo meine Lunge wehtut. 2 Uhr in der Nacht, ich war unten an der Tankstelle, Sahar schlecht dort hinten. 2, ich war 10, nicht 1. Bitte schön. Noch 1. Was? Noch 1. Jetzt. Okay, von mir aus. Von mir aus, bitteschön. Okay. Damit kann ich leben. Schmeckt's? Meine Lunge ist kalt. Es sind ein paar Tage vergangen, seit Sana um 2 Uhr nachts für euch getanzt hat. Sahar, du bist ja da eingeschlafen. Aber heute haben wir was anderes für euch, Leute. Letztens ist ein Zahn von Sana ausgefallen. Okay. Gestern. Was? Gestern Abend. Ihr wisst doch, bei Kindern, die sind halt so dumm, dass sie halt den Zahn immer unter den Polster legen. Ich habe das auch gemacht. Und dann denken sie, die Zahnfee kommt. Ich meine, okay, die Zahnfee kommt. Die Zahnfee gibt es wirklich, okay? Sana's Zahn ist ausgefallen und sie hat es über Nacht unter ihren Polster gelegt. Hä? Ja, das macht man so. Das habe ich auch früher gemacht, okay? Ich wollte das auch mit meinen Nägeln machen früher, aber da kommt keine Nagelfee. Auf jeden Fall hat sie dann das über Nacht unter ihren Polster gelegt und was ist dann rausgekommen? 50 Cent. Sie hat 50 Cent bekommen. Von wem? Von Mama? Wahrscheinlich von Mama. Aber wir dürfen die Person nicht nennen, weil die Person nicht mit 50 Cent in Verbindung gebracht werden möchte. Aber ist sie nicht zu alt für Zahnfee? Nein. Ich dachte, so was macht man mit 5, 6, nicht mit 13. Solange man im Leben eine Möglichkeit hat, Geld rauszuschlagen, dann macht man es. Lernt es endlich. Sie macht das schon richtig. Das habe ich auch gemacht mit 19, aber ich habe dann nichts bekommen. Ich habe nach einer Schlägerei meinen Zahn verloren und dann, egal lassen wir das jetzt. Sie hat ja 50 Cent bekommen, okay? Wie werden sie denn hier herrufen jetzt? Wir legen 10 Euro unter ihrem Polster. Okay? Genau. Wir legen 10 Euro unter ihrem Polster. Schau doch her, gib den Scheiß weg. Ja, warte jetzt kurz. Diese Scheißdinger. Sie hat einfach zwei von denen. Wir rufen sie jetzt her und dann sagen wir ihr, Sano, erzähl uns, wie es genau abgelaufen ist. Wie du dich in der Nacht, warte, mach nicht die Tür auf, berück dich mal. Sie soll erzählen, wie sie sich in der Nacht hingelegt hat und dann so den Zahn unter ihrem Polster gelegt hat. Und dann zeigt sie es uns vor. Dann greift sie unter dem Polster oder mach, gib ihn so weg und siegt ihr die 10 Euro. Okay? Das ist der Plan. Wir wollen sehen, wie sie reagiert. Hallo Sano. Hallo Sano. Komm mal mit. Komm mal mit Sano. Nein, du sollst uns eine kleine Geschichte erzählen, die du vorhin schon erzählt hast. Komm mal mit. Komm einfach. Du kannst uns hier erzählen, oder? Soll sie uns hier erzählen? Erzähl uns, wie das war. Du hast ja gestern einen Zahn verloren. Zeig mal den Zahn. Okay, ekelhaft. Egal. Okay. Welcher Zahn war das überhaupt? Beckenzahn. Okay. Was? Oh mein Gott. Beckenzahn. Du meinst Backenzahn? Backenzahn meinte ich. Becken. Beckenzahn. Das war der schlimmste Tag von Zahnfee. Dein Zahn ist ausgefallen. Dann hast du es wie unter den Polster gelegt? Nein. Bei meinem Tisch. Polster tun nur Leute, die fünf sind. Achso, du hast es zu deinem Tisch gelegt? Ja. Okay. Wo beim Tisch? Wo der, wo, wo das Pop steht. Von Stranger Things oben. Achso. Bismillah. Achso, ich dachte du hast es unter deinem Polster gelegt. Und die hat 50 Cent bekommen. Nein, 50. Aber Sano, weißt du. Aber man legt es ja unter das Polster eigentlich. Ja, trotzdem. Ich wünsche nicht fünf. Das liegt daran, dass du es nicht normal gemacht hast. Vielleicht hat die Zahnfee unter dem Polster was gelegt. Ja. Okay. Und die 50 Cent waren irgendwas anderes. Vielleicht waren die 50 Cent Trinkgeld von der Zahnfee und sie hat dir irgendwie noch ein Geschenk unter deinem Polster gelegt. Ja, hat sie nicht. Ja, aber komm mal mit, komm mal mit Sano. Zeig uns vor, was du meinst. Zeig uns mal vor, wie man es normalerweise machen sollte, oder Sano? Ja. Ich habe ein Bild angemalt, okay? Ja. Er war da, okay? Ja. Und mein Zahn war genau hier, okay? Warte. Genau hier. Ja. Ein paar Sekunden später brauchte ich es hier. Ich denke so, wo ist mein Zahn? Es war oben mit 50 Cent. Ich denke so. Achso, dein Zahn war aber weg. Ja. Ich habe es weggeschmissen. Hä? Ich dachte, die Zahnfee hat den Zahn abgeholt. Ja. Hat sie vielleicht keine Ahnung. Sano, deine Geschichte hat nur Lücken. Also, du hast am Morgen einfach 50 Cent gehabt von der Zahn. Ich habe es gestern ein bisschen. 50 Cent. Okay, ich glaube, die Zahnfee kam von einer anderen Zeitzone. Aber... Die blöde Kuh. Was? Die blöde Kuh. Äh, nein. Sag mal schon, okay, ich sag dir was. Normalerweise machen das Kinder so. Geh mal aufs Bett. Und eine Frage, warum hast du zwei von diesen Stimmungspuppen? Stimmungspuppen? Ja. Mit diesen Puppen kann man seine Stimmung zeigen. Einmal traurig und einmal... Ja. Nein, das ist traurig. Schau, okay. Normalerweise legt man das unter seinen Polster. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Man legt seinen Zahn unter das Polster. Und am nächsten Morgen ist der Zahn weg. Und ein Geschenk ist unter dem Polster. Zeig mal unter dem Polster, wie du es machen würdest. Ich sehe schon, dass es was... I'm rich! I'm rich! Zeig mal. Sie hat gewusst, dass sie was kriegt. Du wusstest? Ja. Aber ich wusste nicht was. Was? Aber ich wusste nicht was. Ich wusste nicht was. Ich wusste nicht was. Aber ich glaube, dass Mama ihr deswegen nur 50 Cent gegeben hat. Weil das wahrscheinlich ihre letzte Münze war. Weil sie ja immer alle ihre Münzen nimmt. Stimmt. Du nimmst immer Mamas Münzen weg. Stimmt, ja. Egal. 50 Cent ist 50 Cent. Sie kann mir auch einen Schein geben. Dir ist klar, dass du auch für Cent dankbar sein musst. Ja, na klar. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Doch ist es. Nö. Okay. Damit... Dafür soll ich anfangen. Was soll ich damit anfangen? Sogar kein Eis zu viel kann ich noch nicht anfangen. Nur die Eiste, die billiger sind. 30 Cent. Du kannst sie zusammenlegen. Und warum... Was ist so schlecht an dem billigen Eiste? Den trinkt man noch. Den habe ich früher beim Fußball immer getrunken. Ja, weil du kein Geld hattest. Oh shit. Gib mir jetzt mein Geld zurück. Was? Ja, gib mir meine 10 Euro. Nein. Es piekt und es bleibt auch... Warte, es gibt einen Spruch. Warte. Irgendwas, es piekt und es muss auch da bleiben. Irgendwas, es piekt, also es piekt hier und es bleibt auch da. Okay. Leute, wisst ihr welchen Spruch sie meint? Diese Woche ist es so, ihr müsst euch vorstellen, Sahara ist jetzt angezogen. Ja. Sie hat sich aber nur für diese ein paar Minuten Vlog angezogen. Weil... Ja und fertig gemacht. Und fertig gemacht, weil sie nicht raus geht. Warum gehst du nicht raus? Ich geh... Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal draußen war. Aber warum gehst du? Ich geh nicht raus, weil wir am Sonntag, heute haben wir Montag, also sprich in 6 Tagen wegfliegen. Ja. Und im Moment hat gefühlt jeder in Wien hier Corona. Einfach jeder. Ja. Und deshalb geh ich nicht raus. Okay. Damit ich hier raus kann. Sie geht nicht raus, weil sie fliegt ja am Sonntag mit meiner Mutter weg nach Antalya und wir, die armen anderen Kinder werden zurückgelassen. Entschuldigung, warum stellst du das jetzt so an? Also mich dazu nicht, weil das ist das beste Jahr, das ich kenne. Was? Das ist das beste Jahr, weil sie gehen weg, da kann ich schlafen. Sie freut sich, dass sie in meinem Bett schlafen kann. Ich kann in Ruhe zocken, in Ruhe. Ich werde dich nicht in Ruhe zocken lassen, Sahara. Dir ist klar, dass es mal Jahre gab, wo wenn Mama allein schon irgendwo hingereist ist, du geweint hast. Du hast mal in der U-Bahn in deinem Vlog geweint. Ja. Vor zwei Jahren noch. Erst vor zwei Jahren war das. Und jetzt freust du dich, dass du das Bett deiner Schwester abkriegst. Und da war ich zehn. Ich denke, das ist ganz normal, als kleines Kind zu weinen, wo immer die Eltern verpissen. Und jetzt nicht mehr? Ja. Aber ich werde bald 13. Oh mein Gott. Ich bin jetzt 13! Warte ganz kurz. Wann kommt dieses Video online? Was? Dieses Video kommt nicht vor Sonntag online. Wieso? So halt. Warum? Es kommt nicht vor Sonntag online. Warum? So halt. Weil du sagst, dass wir nach Antalya fliegen. Und immer wenn du so etwas hochstellst, kommt es dann nicht zustande. Weil es Unglück bringt? Ja. Ich werde es hoffentlich am Samstag noch hochladen. Nein. Du wirst es nicht vor Sonntag hochladen. Doch, doch, doch. Du kannst es Sonntag 18 Uhr hochladen. Da sind wir schon dort. Sano, wie machen wir das? Sonntag oder frühe? Sonntag 18 Uhr. Ja, sie will ja, dass wir gehen werden. Sano, was ist los mit dir? Ich habe nur einen Slap gemacht. Und was sind das? Diese ekelhaften Tiere? Ey, wir lernen nicht mal eine Freude. Wie heißen sie eigentlich? Haben sie Namen? Ja. Oktopus. Warte, du nennst deine Oktopussis Oktopus? Ja. Ist eigentlich die Mehrzahl von Oktopus Oktopussis? Oktopaten? Äh, Oktopussis. Ich möchte euch noch eine Sache zeigen, okay? Ich brauche eure... Oktopussis. Ja. Euren Schwester Tipp. Liegen wir. Ich brauche euren Schwester Tipp. So Frauen Tipp, okay? Nicht, dass Männer nicht auch solche Tipps geben könnten, aber Frauen sind einfach viel bessere Menschen. Ihr wisst ja, ich habe eine Freundin. Also... Ja. Und wenn du sagst, ein Waking Up, dann nervt sich dich. Nervet sich Sano. Ah. Ich hab... Ihr wisst ja... Sano, was machst du? Ihr wisst ja, bei uns im Gebäude hinterlassen ja Leute immer so Sachen auf Fensterbrettern unten beim Aufzug. Und man kann diese Sachen dann gratis nehmen und weiter schenken. Ja. Ihr wisst das. Und jetzt kommt so ein Verlobungsring. Und ihr wisst ja, dass meine Freundin seit kurzem näht. Also gerne näht. Echt? Ja, sie näht so Röcke und so Sachen halt. Und ich habe etwas dort gesehen und ich habe es direkt mitgenommen, das jetzt hinter meinen Brücken, dass ich euch gleich zeigen werde. Schaut nicht. Dass ich euch gleich zeigen werde. Ich habe es jetzt aus dem anderen Zimmer geholt. Ich weiß nicht. Ihr müsst mir sagen, ob es eine gute Idee ist, so etwas weiter zu schenken. Weil im Grunde habe ich es gefunden. Versteht ihr? Das war gratis. Egal. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Das hier. Das habe ich eh vorhin gesehen. Wow. Ja. Was sagt ihr dazu? Oh Gott, hast du das desinfiziert? Lass mich mal kurz... Oh nein, desinfiziert habe ich noch nicht. Ich muss es desinfizieren. Lass mich mal... Nein, das ist alles Arsch. Ich habe keine Angst mit Desinfektion. für die Leute Sarah dank Corona zu kriegen wegen Türkei. Warte, lass mich mal... Wie groß sind sie? Was? Die groß sind... Sano, lass die Titten in Ruhe bitte, ok? Wirst du dann das da? Sano. Junge, das ist nur eine Frage. Das ist der Arsch. Und lass die Kette in Ruhe. Au! Das reicht nicht. Ok. Also... Was haltet ihr von der Idee, dass ich... Was machst du sagen, berück dich? Was haltet ihr von der Idee, dass ich das meiner Freundin schenke? Ich meine, es ist nichts, was ich hier gekocht habe. Ich finde es sehr schön. Ich finde die Titten schön. Was? Ich finde die Titten so schön. Sano, du bist geistig. Egal. Ja. Und dann kann sich so Sachen hier oben auf den Haken aufhängen. Gute Idee. Ja, es sieht auch echt schön aus. Ja, es sieht echt nice aus. Sagen die Schwestern ja oder nein? Ja. Auf jeden Fall. Ok. Aber du kannst eine Operation machen an ihren Kirschen. Dann kannst du es größer machen. Es ist aber halt deine Fränze. Halt einfach deine Fränze, Mann. Ja. Operation an ihren Kirschen. Ich finde die Kirschen okay, das passt. Das bekommt meine Freundin, nachdem ich es gewaschen und desinfiziert habe. Und eine Operation. Wir sehen uns im Laufe dieser Woche. Gib einen Kuss. Was? Einen Kuss. Heute ist ein weiterer Tag von der Woche, in der Sahara nicht rausgeht, weil sie Angst hat Corona zu bekommen und nicht nach Türkei fliegen zu können. Also Sahara will in die Türkei, deswegen vloggen wir von zu Hause aus. Man kann draußen nichts machen. Aber kein Langzeit. Ich schüttle eine Arbeit mit vielen positiven Leuten an. Schau auf meinen Adern, es ist gut. Machst du deine Haare sehen. Gut aus. Leute, bald ist ja Sanos Geburtstag, okay? Am 1. März ist ihr Geburtstag. Wir wollen Sanos Geburtstag planen. Willst du immer noch Stranger Things als Geburtstagsmotto haben oder hat sich das geändert? Schau am Ende diesmal. Also wie soll dein Geburtstag diesmal ablaufen, genau? Wen lädst du ein? Also Armin diesmal offiziell fix. Offiziell, ja. Timo, seine Schwester. Und dann noch er Schwester. Rana? Ja. Nina, Anna. Und dann lade ich noch ein paar Mitschülungen in meine Klasse ein. Wie viele werden das jetzt? Wie viele werden das jetzt? Es ist mein Geburtstag. Es ist dein Geburtstag. Es ist dein Geburtstag. Es ist Anna, Anna. Okay, das heißt du lädst 10 Leute oder so ein. Ach, sag für Allah. Sie hatte mehrere Freunde beim Geburtstagsparty, beim 19. Geburtstag. Also einfach 19. Sie hatte mehr und es hat mit dem Alter nichts zu tun. Obwohl, ich werde bald ein Teenager. Oh mein Gott. Das ist das Alter, wo Sano ein Teenager wird. Ja, 13. Nein. Das ist der Geburtstag, wo sie ein Teenager wird. Und dann dachte ich mir noch, weil ich denke, du brauchst es sehr. Ich kaufe mir zwei Ballons auf deinem Nacken. Eins und drei. Und ich kann mir, ich weiß nicht, ob es hält. Aber du kannst es eins behalten zu deinem Geburtstag. 21. Okay, Sano. Wir geizen jetzt nicht irgendeinen Luftballon. Du meinst, du kaufst den Luftballon eins und drei für deinen Geburtstag. Und die eins kann sie dann behalten für ihren zwölften Geburtstag. Für meinen 21. Geburtstag. Du meinst deinen zwölften. Dieses Jahr ist dein zwölfter Geburtstag. Und Sano, dir ist aber klar, auch wenn das dein Teenager primären Geburtstag ist. Also auch wenn du... Ich bleibe immer ein Kind. Du bleibst ein Kind. Richtig. Du bleibst für immer ein Kind. Du wirst nie irgendwas machen mit, ja ich bin jetzt erwachsen. Denn bevor ich das nicht gesagt habe, darfst du das... Das wird aber kommen. Du darfst es niemals sagen. Du bleibst unsere kleine Schwester. Weißt du, ab wann du das sagen darfst? Sicher mit 30. Nein, nicht mal mit 30 darfst du es sagen. Ja. Ja. Ach, sag vor Allah. Na, Sano. Weißt du, ab wann du sagen darfst, dass du... Du darfst es ab 48 sagen, dass du erwachsen bist. Warum ist es 48? Weil sie dann schon relativ alt ist. Willst du jetzt sagen, dass unsere Mutter alt ist? Ab 48 sollte man schon sagen, dass man erwachsen ist, finde ich. Bei 47 verstehe ich noch, dass man sagt, ich bin ein Kind. Aber 48 ist dann schon sehr übertrieben. Ich sag's nur 20, letzte Angebot. Nein, nein, kein letztes Angebot. Sano, mit 20 bist du nicht erwachsen. 25. Und Leute, ihr wisst ja, wir hatten für Sanos Geburtstag geplant, dass sie ein iPhone 11 bekommt. Das hat sich übrigens auch erledigt. Also ich wollte ihr das iPhone 11 kaufen. Aber sie, meine Mutter bekommt ein neues Handy und Sano bekommt ihr iPhone 11. Das heißt, Sano, du hast jetzt eineinhalb Monate Zeit, dir was Neues zu wünschen. Weißt du schon was? Irgendwie nicht. Was? Du weißt nicht, was du willst? Ich hätte eine gute Idee, was du dir schenken kannst. Okay, sag mal. Soll ich es wirklich sagen? Sag mal und dann sagt sie, ob es eine gute Idee ist. Ja, ein Konzert. Ach so, warum sagst du sowas? Warum denn? Das wollten wir geheim halten. Was laberst du? Ja, du hast mir das hier geschrieben. Ich dachte, du hast eine andere Idee. Ja. Schau, Mendes kommt im März im Konzert. Ja, Sar. Du hättest es nicht sagen sollen. Es ist eine Idee. Also wir haben gesehen, dass Shawn Mendes nach Wien kommt. Ich habe sie nur geschickt und du hast mir nur Lachsmailies geschickt. Ja, ey, aber ich fand die Idee eigentlich ganz... Wann wurde je gesagt, das halten wir geheim, das ist eine gute Idee. Ja, das ist automatisch. Wenn es eine gute Idee ist, hält man das geheim. Aber du hast mir nicht gesagt, ob du die Idee für gut hältst. Okay, aber jetzt sage ich, egal. Halt! Shawn Mendes kommt im März nach Wien und das war eine Idee, dass wir mit dir vielleicht zu Dings gehen, zu seinem Konzert. Was? Ohne Joke? Ja. Ohne Joke. Ich habe schon sie auf deinen Schultern und du mit der Kamera. Sano, weinst du? Nein! Nein! Bist du schon wieder am Weidenweg? Shawn Mendes? Ja, er ist doch nie im Konzert. Zweitens, ich sehe ihn im Real Life. Im Real Life. Im echten Leben. Und nicht in YouTube Songs. Warte mal, ist das jetzt euer Ernst? Also... Eigentlich könnten wir das machen. Würde dich das glücklich machen, Sano? Sehr. Welche Album singt ihr denn eigentlich? Welches ist dein neuestes? Da fragst du die falsche. Ich habe keine Ahnung. Mir ist eigentlich egal, weil ich kenne... Das neueste wahrscheinlich. It's be okay! Okay! Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur letztens nachgedacht und dann habe ich gegoogelt und ich habe gesehen, dass Shawn Mendes am 28. März hier ein Konzert gibt. Sano, kommst du mit? Vielleicht singt er auch... Ah, I wanna shake it, shake it. Holding me back! Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass das Konzert stattfindet. Das ist sehr wichtig. Ich war noch nie in meinem Leben ein Konzert. Sollen wir das dann vloggen? Sollen wir das dann vloggen mit einer kleinen Kamera? Natürlich! Man wird euch nicht hören. Mit einer kleinen Kamera. Man wird die Gefühle sehen. Die ich wie Shawn Mendes habe. Mhm, safe. Oh, my shake it, shake it! Okay. Ich kenne fast alles... Fast alle seine Songs mit Titeln. Zum Beispiel Stitchings, Holding me back, Senorita, Change you better, It's be okay. Keine Ahnung was. Ich glaube nicht, dass das Senorita singen wird. Nein. Weil du lässt es mit seiner Ex-Freundin. Shish! Aber warum soll er es nicht singen? Willst du damit sagen, ein Mann darf nicht weiter singen in seinem Leben, wenn er sich von seiner Frau getrennt hat? Nein, das Lied ist eigentlich von ihr und er hat glaube ich nur einen kleinen Partner. Auf jeden Fall Shawn Mendes, Saar. Ich bedanke dich für die Idee. Ja, Sano bedanke dich bei Saar für die Idee des Konzerts. Ja! Ja. Okay, okay. Okay, reicht. Also... Also... Das wird... Das wird... Sano... Ich schwöre, ich hätte nicht gedacht, dass du so reagierst. Also, dass du dich so sehr freust. Aber... Schaut mal Massi's Arsch da hinten an. Wenn er aber sagt, wer will ihm auf die Bühne kommen. Irgendwo... Ich hab irgendwas... Ich schwöre... Safe sagt er, wer will ihm auf die Bühne kommen. Nur für ein paar Sekunden so... Keine Ahnung was dann... Ich schwöre, wenn er mich nimmt. 2022 läuft dabei gut. Das wäre das ultimativ. Kennst du das? Wenn Sänger halt eine Person auf die Bühne bringen... Ich glaub aber nicht, dass er... Die dann meistens anfängt zu weinen. Aber wenn er mich nimmt... 2022... Ist das beste Jahr für mich. Beste Jahr. Ja. I can't dream you better. Was ich sehr feiere. Momentan von ihm. Momentan. Ja. Gott hilf uns. Auf diesem Planeten Erde. Wir bringen am Sonntag Sahara noch zum Flughafen. Weil sie es noch nicht geschafft hat, ihren Führerschein selber zu machen. Schäm dich, Mann. Du... Wenn ich ihn hätte, würde ich trotzdem ja nicht mit dem Auto zum Flughafen. Jajaja, passt schon. Schäm dich einfach. Du existierst nicht auf diesem Planeten. Du bist schon alt genug, um den Führerschein zu machen. Und hast ihn noch immer nicht gemacht. Schäm dich. Aber eigentlich wollte ich zu dir selber nicht. Willst du mir sagen, nur weil ich ein Mann bin, muss ich den Führerschein haben, aber du nicht? Nein. Oh mein Gott. Da du hier schon mit dem Alter beginnst. Wir sehen uns am Sonntag und reden dann über Sahars Führerschein. Ob sie ihn bis dahin schon gemacht hat... Oh, Mendes! Junge! Es ist der Abend, bevor Sahara wegfliegt. Okay, es ist der Abend. Also morgen bringen wir sie zum Flughafen. Und das ist das Aufregendste, was in dieser Woche passiert. Aber das ist nicht das Aufregendste, was für Sano passiert. Bei Sano passiert. Sano, was ist gerade passiert bei dir? Ich habe 20 Euro von Masi bekommen. Stell dir vor, wir haben kein Geld. Keine Bank und Matkarte. Nichts. Wo leben wir dann? Straße. Also mache ich schon dankbar, dass man Geld hat. 30 Euro kann man die Miete zahlen. Kann man. Aber wir müssen uns noch bei Masi bedanken. Ja. Das ist einfach gegangen. Wir wollen uns bedanken. Dankeschön. Dankeschön. Kein Problem. Geld ist nicht alles, aber noch mehr Geld ist alles. Ich habe letztens einen TikTok gesehen von so einem Mädchen. Und sie hat gesagt, Leute sagen immer, Geld macht nicht glücklich. Das stimmt, aber kein Geld macht definitiv unglücklich. Das habe ich auch gesehen, das Video. Du bist auch gerade ein glücklicher Mensch. Ich fand es einfach gut. Aber warum bist du glücklich? Weil ich euch habe. Oh. Okay. Und warum noch? Weil ich etwas habe. Was denn? Zuhause eine Wohnung. Ein Dach über Kopf. Es ist gleich 6 Uhr. Madame Toussou, schauen Sie her. Hi. Wie geht es Ihnen? Gut. Hallo Sahar. Wie geht es dir? Gut. Ihr habt gehört, Sahar geht es gut. Mir geht es auch gut. Ja, wir müssen lachen. Also wir fahren jetzt gleich zum Flughafen. Willkommen zu Flüchtlinge reisen legal. Sieht man was, Schatz? Man sieht dich. Sie findet Chai Mucho Gustov. Hiroba. Hintergrundgespräch. Ja. Deswegen warte ich immer, bis ich etwas sage. Wir müssen hier bleiben. In Wien bei minus wie viel Grad? Minus 5 oder so. Niemand hat gesagt, dass du musst. Plan das für dich. Ja, ist so. Plan mit Anna oder was? Ich habe mit Anna schon Istanbul geplant. Ja, eben. Aber das ist nicht... Was? Swiss... Ach, Swiss... Was? Was redest du? Seriously... Sag dich doch. Dein Ernst. Du meinst Seriously. Du sagst Seriously, Seriously. Was meinst du damit? Du meinst Seriously? Das ist Seriously Shaming. Sahar, sag es nochmal. Seriously? Wie? Sag nochmal bitte. Seriously? Seriously. Sahar, Seriously, dass du weg bist. Seriously. Wenn wir dort landen, ist es hier 11 Uhr irgendwas und dort sie haben bis dann aber 13 Uhr schon. Ja. Ja. Das heißt, ihr verliert zwei Stunden vom Urlaub. Ihr verliert einfach zwei Stunden vom Urlaub. Das muss man verlieren gar nichts. Doch, ihr verliert. Ihr würdet betrogen. Das ist nicht eine Woche Urlaub. Nein. Das ist sechs Tage und 22 Stunden Urlaub nur. Du musst jetzt irgendeinen Grund finden, um uns runterzumachen. Ehrlich, eine Woche, also sieben Tage Urlaub hätte ich genommen, aber sechs Tage und 22 Stunden Urlaub hätte ich nicht genommen. Das ist mir viel zu wenig. Sahar macht ja ein interessantes Video. Zeig mal es her. Ein twerkendes Babys, Anna. Auch Babys, die dürfen twerpen. Weißt du warum? Das ist Gleichberechtigung. Ich gehe bei einem Projektwoche. Es ist ein kleines Urlaub über Kultur und so. Wir lernen über Ökückel. Kleines Urlaub über Kultur. Leute, Sahar, bald kleines Urlaub über Kultur mit der Schule. Das ist eine Moskenpflicht. Du hast ja gar nicht erklärt, mit wem ihr genau hinfliegt. Also, wir fliegen mit unseren wundervollen fünf Tanten. Sie hat fünf Schwestern. Aber die kommen alle von anderen Ländern. Ja, also von Kanada, Schweden, London und Amsterdam. Dort ist halt auch unsere Cousine, die übrigens auch mal ein Video mit uns gemacht hat. Ah, ja, sie ist auch dabei. Das heißt, ihr habt jetzt sieben Tage Urlaub. So Frauenurlaub. Genau. Und meistens ist es halt so, dass die miteinander sind und dass sie und ich uns schleichen. Warum darf ich nicht mit beim Frauenurlaub? Weil du keine Frau bist. Aber das ist doch... Wo ist die Gleichberechtigung? Weil du hast einen... Und... Wir haben gerade das Gepäck aufgegeben. Und die Frau am Schalter meinte, dass sie uns von TikTok kennt. Sano, das ist alles weg, ich reite Biene. Hast du gerade die Pracht von ich reite Biene gesehen? Ja. Die war echt sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Oh, schön. Ich weiß noch, als wir mit der Schule geflogen sind, waren wir auch genau hier. Also genauer bei dem... Am Flughafen meinst du? Ja, sag mal, fliegst du am Flughafen. Nein, ich meine bei diesem Terminal. Tschüss. 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 Danke. Tschüss. Tschüss, du Opfer. Die Idioten sind... Unser Leben geht traurig weiter in Wien. Das ist unser trauriges Leben. Die sind so früh, dort ist schon Sonne und heiß und so. Das Ergebnis bei Wiener, gucken sie hier an. Das ist das Gegenteil davon. Ja, einfach nur Minusgrade, Arschwetter und Depressionen. Das ist das Leben, das wir lieben. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt unsere Mutter und unsere komische Schwester zum Flughafen gebracht. Die fliegen weg. Es war am Ende schon nice, dass die eine vom Flughafen, also am Schalter uns kannte. Das war so ein besonderer Moment um 7 Uhr morgens in meinem Leben, an einem Sonntag. Das war schön. Klar, ja. Sorry. Ich hab ne Freundin. Ich hab ne Freundin. Ein Freund. Abu. Okay. Dann klein mit dir etwas. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folg mir auf Instagram und folg mir auf Twitch. Das war's. Auf Wiedersehen und hasta la. Bis dann. Bis dann. Bis dann.